so leute herzlich willkommen auf baller casino wir sind auf kasumo hier das nächste real race am start sakura fortune jetzt geht's los leute bei dem schon mal wissen zeitig gedreht 20 cent es ist ja nicht wichtig dass wir eben wo einsätze spielen wir möchten ja gerne die 250 euro für den ersten platz haben und das heißt wir müssen über drei euro kommen mit einem gewinn oder am besten über sechs euro dann gibt es dementsprechend 35 oder 100 punkte ich glaube so war es und da 500 dresden wir schauen mal oder irgendwas bekommen das 21 im augenblick wir wollen nicht mehr kann und Hm. das spiel hatte ich auch schon mal gespielt es war schon sehr lange her das war damals eigentlich auch sehr nice gewesen das war aber kein rührer ist bin ich der meinung war das wird bei kasumi weiß jetzt gar nicht naja wir schauen mal ein bisschen bisschen lauter kann ich so machen für euch sehr schillig die mucke ja 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 Platz 62 Leute bis jetzt keine größte Gewinner Oder? ich bin es sind gleich um reicht das geld und wenn ich hier nicht was gewinne ich die kohle gar nicht bis zum ende zu drehen mich zwischen den jahr einzahlen einmal bonus ja nichts passiert ist das nacheinander kommen oder was ist da los wer weiß es anscheinend ja was für nacheinander kommen so so Tja, Leute. Tja, 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 Tja. 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 Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Ah, 84 ist da. Leute. Das stimmt da nicht. Irgendwas läuft da falsch. Irgendwas läuft hier falsch. Tja, also ganz durchschaue ich die Thematik noch nicht, aber Free Games ist in Ordnung. Nur ein bisschen mehr als 54 Cent bitte. Aber nicht 0. 0 Cent wäre auch scheiße. Das ist das. Wir haben schon mal einen Euro. Wir haben schon mal 2 Euro. Wir haben schon mal 2 Euro. Wir haben schon mal 2,40. Komm. Noch wild da rein. Nein. Oh Gott. Na einmal Dragon. Okay. 2,88. Na ja. Das ist das für einen Win. Äh. Noch nicht mal ein großer. 5 Punkte. Ja, weil es nicht über 3 Euro war. Über 3 Euro und über 6 Euro. Also über 6 Euro gewinnen gibt es dann 100 Punkte. Die erste hat schon 400 Punkte. Man. was. Es war nicht mehr als, 70. Es war nicht mehr als, 70. am 11 Euro. Es war nicht mehr als, 70. Es war nicht mehr als, 70. Acht. Wir haben auch schon einen Production und den die Handlung mehr als, 60. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, was soll man dazu sagen? Die ziehen mir die ganze Kohle hier ab. Wie heftig. Ja, was soll man dazu sagen? 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 Ich darf heute auch nicht so spät ins Bett gehen. Morgen kommen ja die Fernseher, die ich bestellt habe. Ja, was soll man dazu sagen? 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 Ja, was soll man dazu sagen. Ja, es soll man dazu sagen? Ja, wo soll man dazu sagen? Ja, was soll man dazu sagen? Es dürfte mal wieder Bonus geben. Wir sind nicht einfach nicht, sondern wir haben einen neuen Schrauben, aber wir versuchen, die Bogen nicht zu sehen. Das ist eine, was wir nehmen. Das war's für die Bogen. Die Bogen nicht in der Geigen. Die Bogen nicht in der Bogen. Ein bisschen zu geschildert das Game. Ein bisschen zu schildern. Und nun, zwei Spins, jetzt wo wir sehen, ja, ja, nein, schade, ich dachte, die alte Ziele holen, das wäre natürlich nice gewesen. Über 3 Euro, okay, 35 Punkte, ja, aber nur ein halber 35 Punkte, junge, die erste hat 700 Punkte, was man, 94, 94, oh Gott, nein. Nein. Oh, da. 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 dass ihr nichts aufregenderes hier seht, aber ja, vielleicht ist das für euch zum einschlafen oder so. Ist ja auch nicht schlecht dann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 164 Punkte, das ist der erste. Das ist nicht normal. Ehrlich. So, mal sehen. Team Free Spins. 6 6 6 Verdammt. Ja gut, die kann dann leider auch nicht viel reißen. Das ist so. Schade. Wir haben gewonnen. 0 7 Free Spins und 0 Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Das hatte ich bei einem Spiel schon mal Free Spins hat 0 gewonnen. So gar nichts. Nicht mal einen Cent. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. 1 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 schnell version ich muss mal ein bisschen weil die zeit wird langsam knapp das gar nicht wie der andere das durch schnell durch gehalten hat man ja an leute ja gut ok 20 minuten 100 spins 20 minuten ja 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 Hmm. jetzt kommt noch mal hier noch ein schönes wald schade ein bisschen cool ist ich hatte die drehs so schnell weggekriegt das sehr gut Schade! Hallo Leute! Papa muss bald ins Bett. Das hilft nichts. Das hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war's für heute. jetzt wird der erste platz abgelöst von mani 887 punkte die alte junge je nachdem schlecht 166 unter ferner liefen schon wieder ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 er will immer jetzt zum schluss will so jetzt verdreht es war 18 euro haben noch über leute na ja platz 74 ja chemikarte naja ich bedanke mich für die aufmerksamkeit ich muss aber wir mit der enttäuschung leben nein also leute wenn es euch gefallen lassen daumen nach oben da wir haben jetzt jetzt nicht so gefallen was wir machen und bleibt gesund